Hallo, ich bin der Martin von Computerbild und wir, einen ganz kleinen Moment, haben etwas auszupacken. Das ist nämlich hier drin, nicht ausschließlich, aber unter anderem das Asus Zenfone Zoom S. Kein besonders eingänglicher Name. Zenfone Zoom sagt aber schon, es hat irgendwas mit Fotografie zu tun. Und das S steht nicht etwa für Small, sondern für Superior, schätze ich zumindest mal. Und jetzt gucken wir mal, was in dieser riesigen Schachtel, die uns Asus geschickt hat, drin ist. Ich mache hier mal auf. Und dann seht ihr, hier sind erstmal so ein paar Kärtchen, die einem sagen, catch the moment. Da soll man hier sehen können, was man alles Tolles machen kann mit dieser Kamera, aufnehmen kann. Sieht gut aus, aber da ist noch viel mehr zu entdecken. Ich mache hier mal die Klappe weg und kippe das mal eben, dass ihr das so seht, wie ich das auch beim ersten Aufmachen gesehen habe. So sieht das Ganze aus, nämlich einmal haben wir hier eine ominöse Schachtel, was es ist, das erzähle ich euch gleich. Und natürlich auch, ich sehe gerade der Verkehrtrum wieder reingesteckt, das war ursprünglich so rum drin, das Asus Zenfone Zoom S. Ja, ansonsten, erstmal hier in der Schachtel nichts drin, hier unten ist noch was, aber das gucken wir uns auch gleich an, um die Spannung ein bisschen zu halten. Aber zuallererst, das aller, aller wichtigste, das ist das Smartphone. Das Asus Zenfone Zoom S, kein einfacher Name. Und wir machen mal auf, da ist es drin, das packen wir nochmal zur Seite. Und wenn ich jetzt hier mal reingucke, kennt das Spiel, Ladekabel, Datenkabel, wieder mal USB-Typ C. Und ein Headset mit Nupsis, damit die auch dann in eure Ohren passen, wenn ihr die benutzen wollt. Und Bedienungsanleitung und sogar ein Case haben wir hier noch unter einer anderen Verpackung, die hier fest im Karton drinsteckt. Ich fuhre es mal raus, das ist so ein Klarsichtcase. Bisschen wobbelig, jetzt kein Hartschal, das ist wahrscheinlich irgendwas wie Silikon. Ja, fühlt sich dann wahrscheinlich ein bisschen angenehmer an. Als so ein Hartplastik-Case. Das war es also mit der Verpackung. Die machen wir jetzt wieder mal zu und widmen uns dem Smartphone. Wie gesagt, das ist das Asus Zenfone Zoom S, ein 5,5 Zoll Full HD-Display. Innen drin werkelt ein Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core-Prozessor. Das heißt, 8 Kerne bis zu 2 GHz, 4 GB Arbeitsspeicher kommen dazu, je nach Ausführung. Und dann gibt es noch 32, 64 oder 128 GB Speicher. Genau, aber vor allem interessant ist hier vorne diese Kamera und die hat tatsächlich 13 Megapixel. Das habe ich zumindest gerade dem Produktblatt entnehmen können. Entgegen den Sensoren auf der Rückseite, die haben nämlich nur jeweils 12 Megapixel. Wir schalten das Gerät einmal ganz kurz an. Das ist ein relativ helles Display. Das ist schon mal positiv hervorzuheben eben. Bei dem Gerät ist es auch tatsächlich ein High-End-Gerät oder siedelt sich so in der High-End-Klasse an. Auch wenn der Qualcomm Snapdragon 625 jetzt nicht der potenteste Prozessor auf dem Markt ist momentan. Ich entsperre es mal ganz kurz, wenn man das zum ersten Mal in den Händen hält. Seht ihr also hier, das ist der Launcher. Das ist hier der Startbildschirm. So wie man es eigentlich von vielen Android-Smartphones kennt. Und wir gucken ganz kurz in den Einstellungen, welche Android-Version da läuft. Und dafür da, 6.0.1. Da sollte, schätze ich mal, demnächst irgendwann mal ein Update aufschlagen auf Android 7.0. Genau, ich würde mal sagen, wir machen jetzt mit dem Geräte-Rundgang weiter. Hier haben wir den SIM-Kartenschacht an der Außenseite. Hier kann man jetzt nochmal mit einem SIM-Tray mit so einem nadelähnlichen Stecker rausholen. Hier oben ist ein Mikrofon. An der Seite hier haben wir die Lautstärke, Wippe und den Power-Button. Alles in einem Metallrahmen, Metall, schön auch Metall-Aptik gehalten. Hier unten zum Beispiel ist Plastik, damit die Netzverbindung hierüber stattfinden kann. Und das ist auch in einer ähnlichen Farbe gehalten. Das heißt, das sieht nicht so gestückelt aus. Hier unten ist eine Besonderheit, das ist ein USB-Typ-C-Anschluss. Praktisch ist auch, das Gerät hat 5000 mAh. Und wenn man sich ein USB-Kabel holt, das auf beiden Seiten ein Typ-C-Stecker hat, kann man das sogar als Powerbank benutzen. Das lohnt sich sogar bei 5000 mAh. In der Tat richtig. So, jetzt kommen wir aber zum Allerwichtigsten. Nämlich, das sind die Kameras auf der Rückseite. Denn um die geht es ja beim Zenfone Zoom S. Deswegen hat er ja diesen hübschen Namen. Das hier sind zwei 12 Megapixel-Sensoren. Ein Sensor ermöglicht einen Zoom bis zu 2,3 Mal. Das ist sozusagen das Maximale, was sich daraus fundiert. Das heißt, alles zwischen 1 und 2,3-fachen Zoom wird zwar digital errechnet durch die Bilddaten der ersten Kamera, ist das aber alles ein bisschen klarer, als wenn man jetzt rein optisch auf 2 zum Beispiel zoomt. Und dadurch kann man jetzt eben Sachen 2,3 Mal näher ranholen mit dem zweiten, ohne Bildverlust, wie eben auch bei Apple. Ich glaube aber, das ist ein reiner doppelter Zoom. Hier hat man eben noch 0,3 Mal draufgelegt. Dann haben wir hier einen Dual-Ton-Blitz. Das ist sehr praktisch, weil die sich gegenseitig ausleuchten und dadurch nicht irgendwie die Haut total hell wirkt, wenn man den Blitz im Dunkeln benutzt. Und hier steckt noch ein Laser-Autofokus drin. Der funktioniert zwar nur bei relativ nahen Gegenständen, ermöglicht aber dann trotzdem ein schnelleres Fokussieren. Und zu guter Letzt haben wir noch den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Das ist kein Knopf, das ist einfach nur ein Sensor. Finger drauf und das Gerät ist entsperrt. So, jetzt kommen wir mal zur ominösen Kiste, die ich am Anfang des Videos weggestellt habe. Ich ziehe die mal hierher. Da steht schon drauf Pixel Master und man sieht erst auf dem ersten Blick, auch wenn man drum herum geht, unten reinguckt, oben reinguckt, ziemlich merkwürdig auch, was soll das Ganze. Asus möchte zeigen, wie gut die Low-Light-Funktion des Smartphones ist. Und dafür hat man sich etwas Besonderes ausgedacht. Man hat hier einfach eine Kiste mitgeliefert, die, auch wenn hier ein bisschen Licht durchkommt, irgendwie muss hier auch Licht in die Kiste rein, damit das Foto irgendwie belichtet werden kann. Ist klar. So, und das bauen wir jetzt mal zusammen und starten einmal ganz normal die Kamera. Die wechselt auch automatisch jetzt zu Low-Light und packt da die Linse rein. Und jetzt stellt es sich um auf den Nachtmodus. Ich drücke mal drauf und, ich glaube, das kann man auch jetzt schon relativ gut sehen, aber die blenden es dann trotzdem mal ein, sieht man, das Foto ist schon relativ hell geworden dafür, dass es in der Kiste ziemlich, ziemlich dunkel ist. Ja, das war es also dann soweit mit dieser Kiste. Dafür ist die also da. Die soll zeigen, dass die Low-Light-Kamera funktioniert. Zu guter Letzt, da war ja noch was in der Kiste. Das habe ich euch versprochen und das möchten wir uns jetzt nochmal angucken. Das ist nämlich hier unten. Wenn ich hier an dem Fähnchen ziehe, kommt da was zum Vorschein. Und das sieht so ein bisschen aus wie beim Optiker. Das ist es auch. Damit soll man sehen können, wie scharf die Kamera tatsächlich ist, wenn man ein Foto macht und dran zoomt und dann sieht, okay, das ist jetzt irgendwie 10 Meter entfernt und trotzdem ist dieses Symbol hier noch scharf. Ist noch dieser kleine Ring zu sehen, dieser kleine Abstand hier zu sehen, ist natürlich beim Kleinen ein bisschen schwieriger als beim Großen. Genau, dafür ist diese Tafel da, die mit dazu gekommen ist. Ansonsten haben wir hier noch einen Disclaimer, wir haben hier noch eine Broschüre über das Smartphone, die Asus uns da dazu gepackt hat und noch so ein Review-Guide, wie er normal auch immer dabei ist, die so die Funktionen des Smartphones erklärt. Ja, das war es also soweit zum Asus Zenfone Zoom S. Eine riesige Kiste, wir gucken uns das Gerät natürlich demnächst ausführlich an und gucken, was das Asus Zenfone Zoom S denn wirklich so auf dem Kasten hat. Fernab von den Datenblättern und von dem, was Asus erzählt, was die Kameras können, denn die müssen ja schon gute Ergebnisse liefern, zumindest wenn es so läuft, wie Asus sich das vorstellt. Nehmt ihr denn häufig mit eurem Smartphone Fotos auf oder ist das eher mehr so ein nettes Gimmick und es kommt euch oft ganz andere Leistungsmerkmale oder Merkmale eines Smartphones an? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Schreibt es doch gerne in die Kommentare.